ein wunderschönen mittwochmittag meine lieben heute wie versprochen gibt es mal was ganz anderes nämlich das transformations orakel wir nennen es transformations orakel weil es einfach sehr um dein spirituelles erwachen geht den spirituellen fortschritt und was alles so in dir schlummert und was auf deinem weg jetzt gerade wichtig ist heute am dritten portal tag finde ich das einfach ein sehr sehr ansprechendes video sehr sehr ansprechendes orakel wird es sein auch für mich einfach wieder eine neue art für euch videos zu machen eine neue legung aber wir beginnen sofort würde ich sagen wir haben heute ein bisschen unterstützung wieder von dem energieschmuck mitgebracht ich nehme heute den amethyst energie kugelschreiber energiestab habe für euch noch das spiritualitäts armband mit den wundervollen energie und heilsteinen mitgebracht was durch den regenbogen fluorid einfach deine gesamte spiritualität fördern kann und wir haben das rosenquartz herz weil die spirituelle spiritualität auch immer sehr viel damit zu tun hat wie man sich selbst annimmt und auch wie sehr man in der selbstliebe ist und dann haben wir noch ein highlight was jetzt aber dann ausläuft weil es nicht mehr zu neuen kollektionen gehört das ist zum beispiel der aromaduft armreif da könnt ihr in das filzpad innen rein eure öle eure düfte aufträufeln und schließen und natürlich dann bei euch tragen hält zwei bis drei tage lang gibt es noch in verschiedenen motiven und derzeit im sale in der sale kategorie bei uns erhältlich so jetzt schauen wir aber hinein in eure wundervolle art und weise wie ihr eure spiritualität leben könnt wir beginnen mit den leno morgarten hier haben wir den bär der bär zeigt uns auf jeden fall schon mal sehr schön auf dass du persönlich in deine stärke kommen kannst wenn du jetzt den weg der spiritualität wählst und du hast dieses orakel ja nicht ohne grund eingeschalten der bär sagt dir auch dass du schon am kämpfen sein musst aber dass du die stärke für dich gewinnst die der kampf liegt darin einfach sich von der außenwelt ein bisschen abzugrenzen weil man der dennoch von dem ein oder anderen vielleicht ja nicht ausgelacht wird aber ein bisschen schief angeschaut und da solltest du drüber stehen deinen weg weitergehen und nicht kleinreden lassen wenn das soweit ist und nun dieser stärke bist ja dann bist du bei dir das ist schon mal sehr sehr schön da bist du bei dir angekommen und kennst also auch deinen weg das heißt zwischen dir und die stärke legen wir mal noch die selbstliebe den rosenquartz energetisieren das ein wenig dass hier ein guter fluss reinkommt war das ist sehr sehr wichtig gerade jetzt auch bei den portal tagen nicht zu sehr in die emotionen zu gehen in das emotionale handeln sondern in das handeln deiner seele das heißt lass nicht dem kopf gelernte verhaltensmuster zu über zu agieren sondern ganz einfach und schlicht zu reagieren das ist das a und o die nächsten tage darauf kommen erst mal die wolken natürlich wird dir dann sehr vieles erst mal sehr fremd vorkommen natürlich wirst du sehr vieles so wahrnehmen wie du es bisher noch nicht wahrgenommen hast aber darin liegt dann auch die stärke du musst dich darin wieder selbst finden und anerkennen dass es wahr ist was du leben möchtest also deine wahrhaftigkeit leben wenn du davon überzeugt bist dass du für dich deinen weg richtig gehst dann darfst du hier nicht in den zweifel geraten der zweifel liegt immer ein bisschen mit dabei weil das außen dann doch mehr drückt wenn es außen nicht in dem gleichen bewusstsein ist wie du stehst du halt öfters mal vielleicht alleine da aber du bist ja kein anderer mensch nur weil du dich deinem spirituellen bewusstsein öffnest nein du siehst nur dinge klarer und manche menschen haben einfach angst davor und versuchen dir das ein bisschen unklar zu machen auch wenn du jetzt botschaften hinein bekommst oder deine hellsichtigkeit aktiviert wird es für dich natürlich noch unklar sein ist das jetzt wirklich oder spinnig oder 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 da musst du drüber stehen da solltest du für dich agieren da gehen wir auch mal ganz kurz die energie des amethysten drauf und schauen so lange in die orake karte oh das passt sehr gut wir haben hier seraph auf 963 herz hier geht es tatsächlich darum dass du niemals die freude daran verlierst in welchem welche art und weise du dich auch verbindest mit der quelle mit dem höheren sein und das ist sehr schön dass das hier tatsächlich bei den wundervollen wolken liegt weil das heißt auf jeden fall dass du in dieser seelenfrequenz und auch in dieser höhe der wundervollen musik einleitung bekommst in deine transformation für mich ein ganz großer aspekt zum channeln und auch für die hellsicht fühle dich da ein und spüre einmal was das in dir auslöst ja da haben wir den zweifel natürlich wird der weiter regieren deswegen dass wir die spiritualität gerne hier liegen und aktivieren hier noch mehr dass dieser zweifel nicht aufkommt es ist seltsam stimmen auf einmal wahrnehmen zu können oder dinge wahrzunehmen die andere vielleicht nicht wahrnehmen können aber das darf dich auch nicht zurückschrecken lassen es sollte eher in die mache gehen wenn eine maus nicht auf essenssuche geht wird sie auch nichts bekommen ja und da liegt auch die tat drin wir dürfen die mäuse nicht immer nur negativ werden sondern auch das was in bewegung gesetzt wird dass da vielleicht viele dran knabbern und das ist ja so dass jetzt gerade 2019 und 2020 vor allem jetzt auch seit dieser wundervollen welle viele probieren in ihr spirituelles bewusstsein zu gehen sich selbst weiterzuentwickeln und das ist ja auch im seelenplan so vorgeschrieben auch in deinem und genau deswegen solltest du dich jetzt hier in die tat überzeugen lassen so darauf haben wir den fisch das ist sehr schön die fische dass wir erkennen können dass in den fluss der emotionalität geht wir haben hier die stärke hier haben wir den kurzen zweifel aber hier bist du dann wieder bei dir und das ist ganz ganz wichtig auch finanziell werden hier sorgen gehen und du wirst sehen dass manche menschen das nur aus finanziellen hintergründen machen was ich jetzt zum beispiel hier gerade euch präsentiere manche machen das aber aus dem tiefsten gefühl heraus du sollst nicht mit dem mit der mit dem schwarm mitschwimmen du solltest das machen was für dich vorbestimmt ist und das ist einfach das channelen und menschen somit auch in die heilung bringen in die heilung ihrer seele nicht die körperliche darauf haben wir wunderschöne karte oder ask your soul frag einfach deine seele eben hatte ich auch schon gesagt wir fühlen uns jetzt einfach mal hinein ask your soul sagt dir aber auch dass bei all diesen dingen menschen immer versuchen werden dir die falschheit anzulasten menschen dir immer sagen werden dass das alles nur humbug ist aber du musst in deinem vertrauen bleiben und bei dir einfach für dich so dann kommen nämlich die positive botschaften zu dir dann kannst du dein sein leben so wie du es schon immer wolltest du wirst anerkennung bekommen du wirst aber auch natürlich gegenspieler bekommen gegenspieler die eventuell ein bisschen neidisch sind auf dein nicht nur auf den erfolg sondern wie du auf menschen wirkst auch ich muss das immer wieder miterleben aber man lebt seine berufung und hilft menschen da braucht man sich dann nicht auf negative einflüsse einlassen da auch hier immer wirklich auf die seele hören frag immer deine seele was soll der nächste schritt sein für deinen transformationsprozess heißt es wenn du diesen zweifel besiegt und ins machen gehst und im fluss bist kommt die positivität und die kommt bis ende august bei dir sogar ja bis auf dass du eventuell nicht mehr in diesen kreislauf von machen aber dann wieder zurückgehen also nicht stehen bleiben immer bei dir bleiben und auch für dich anerkennen dass es genau dein weg ist so wir haben hier am ende noch den fuchs das ist sehr sehr stimmig mit dem was ich eben sagte du wirst sehen müssen dass wenn du dich dann auch wagst ins außen zu gehen dich einmal so zu zeigen wie du bist dass viele daran naja kein gutes haar lassen werden aber dennoch dich dafür ja beachten und die anerkennung schenken weil über dich reden immer anerkennung ist und das sollten sollten wir bei uns behalten und in uns behalten für den gemeinsamen und wundervollen transformationsprozess können wir jetzt überbegreifend sagen dass die stärke bei dir liegt wenn du wirklich auf das hörst was dir mitgegeben worden ist auf deine gabe das channelen und die hellsichtigkeit dass du niemals in den zweifel gerätst wenn du auch im guten fluss bist dass du immer da auf die antwort deiner seele hörst und sie auch fragst warum das so ist und die falschheit einfach außen vor lässt dann ist dein transformationsprozess in einem wundervollen fluss ja wer gerne diesen schmuck hätte der darf gerne unten in der infobox auf den shop gehen oder hier erscheint gleich so ein kleines fenster könnt ihr auch draufklicken wer eine persönliche kartenlegung möchte einfach über die website kontaktieren und es gibt noch einen freien platz für das kartenlegeseminar auch hier könnt ihr euch noch bewerben unter www.timos-nichtblick.com das nächste seminar was dann angekündigt wird wird etwas sein was auch so noch nie da gewesen ist das ist eine art von coaching vermischt mit meiner art der energiearbeit als seminar und schulung das wird aber dann erst im november stattfinden und wird ende des monats angekündigt werden bis dahin wünsche ich euch alles gute so 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 so